Musik 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 Ja, ne? Naja, du hast halt echt, du siehst die und hast so ein bisschen Stress, ne? Du hast die erledigt, weil du genau weißt, sonst kriegen sie dich und da kannst du nichts machen, ne? Und die ziehen die ja wirklich... Yeah! Ha! So, jetzt drauf. Ja, ich bin halt. Irgendwo ist er hier, oder das sind die anderen? Könnten auch die anderen sein, dann. Sonst wäre er, glaube ich, schon da. Das wollte ich gar nicht. Oh, da hinten bist du. Ja, stimmt. Rechts von dir. Diese... ...dummen beiden... Abgefuckten Spinner, ey! Oh nein, Alter! Man, sind die... ...die weg! Keine Munition mehr, oder was? So, wir müssen die ein bisschen sparen. Ach, ne Kacke. Oder auch nicht. Ja, na, 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 na. Der einzige Vorteil ist wirklich, dass die sich nicht anschieben. Ja, ne, findest du, dass das wirklich so knallhart programmiert ist. Okay, wollen wir erstmal dich raus? Das wäre total super, aber das wäre total lieb von dir. Du musst doch wieder eine Tür weiter. Hä, bist du immer noch drin? Du musst, du musst noch eine Tür weiter. Ja, Zoe, ne? So, jetzt. Oh, da ist jetzt der Medizinschrank. Krass, was ist denn? Ja, und Pillen. Ja, ich will auch ein Medipack. Und Pillen. Und Pillen. Hier sind noch. Noch mehr Pillen. Hahaha. Wir sind noch mehr Pillen. Irgendwas? Oh, Luis ist auch hier drin. Nice. Alter. Vorsicht! Vorsicht, was? Lade nach! Lade nach! Lade nach! Achtung Es gibt die Munition gebrauchen Ach shit erstmal müssen wir Munition finden irgendwie Das wird hier aber jetzt schwierig Wir können nur einmal zurücklaufen in den Turm Entweder das wird nicht ganz so schwierig oder Ach so ja im Tunnel, das kann ich mal so weit weg Na aber hier muss doch irgendwo Munition liegen Hast du ja schon mal ausgeguckt? Hier ist doch Munition Echt jetzt? Ja? Hab ich das voll nicht gesehen Ja sieht ein bisschen anders aus als sonst Munition! Doch mal Bescheid sagen Fürs Verständnis Da haben wir nur die Letzten das mitbekommen Aber auf irgendeinen kommt man hier rauf gehen Ja Welcher war das noch gleich? Du rumpelst übrigens dann schön ne? Ja ich hab nur 30 Leben aber ich nehm mal Pillen Ich auch Ach Okay Sicher? Ah doch hier Ne doch nicht Hä? Dann weiter vorne Ich glaub da vorne links Ja genau hier Der link vorne links Dann da jetzt schnell drauf Oh hier da oben sind Mollys Attacke So ein Scheiß Und wo sind die Zummys? Da hinten ist ein Boomer Multikill ey Same here Scheiße Smoker Scheiße Smoker Oh Glückab Vielen Dank Geil Problem aber Ich hab doch immer ein Auge auf dich Mein junger Paderwan Kein Herz für Smoker Ja Das könnte aber auch falsch verstanden werden Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Wieso? Wenn du einen Augen abfährst Heißt es du hast mich beschützt Wenn ich einen abkleiden Passiert gar nichts Ja Lade nach Das war doch kurz und schmerzlos Achso ne wir müssen da lang wo der Wagen steigen glaub ich Ja der hat ja irgendwas kaputt gemacht Ja der hat ja irgendwas kaputt gemacht Ja der hat ja irgendwas kaputt gemacht Da hört sich ein Bidou an oder so Ah also Ja Sehr schön Okay Alle da irgendwoher? Gibt's ja mir die Packs Ne ne Doch Scheiße 64 Infizierte nur Was? Irgendwie werde ich immer schlechter Wer hat der Witcher meiste Schaden zugefügt? Hab mich schön aus der Sache rausgehalten Vom Medipack-Session Nimm das Verbandszeug, Francis Kann mich mal bitte jemand verbinden von euch, Schmackos Ja Ja Pass auf, wo du hin zielst Na komm, hab mal ein bisschen Mitleid Na los Ja du bist der einzige, der eins hat Nahlüyor Also außer mir Ich wundere mich schon Du schießt mich einfach so an, ja? Ja, du sagst es schießt mich an, dann schieße ich dich halt an. Ja, 100 Euro. Ja, ich bleib dann hier hinten, ne? Okay. Nein, die sind noch mehr. Die sind viel mehr. Was war das denn? Ah, er da. Okay, das werden kommen ja. Äh. Ja, los ey. Einer kommt doch noch auf mir an. Das war's. Das war's. Iiiiih. Dicke Party. Hopps, wenn du springst erstmal rauf, ey. Ja, normal. Ich hab einen Benzinkanister gefunden, nehm ich auch erstmal mit. Hier sind noch mehr. Hier oben liegt noch ne Leiche. Sehr interessant. Äh, Waffen liegen hier noch. Da oben. Was machst du denn da für ne Party, alter? Ja. 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 Ja, 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 ja. Nein. Die Gleise sind da unten. Die Gleise sind da unten. Äh, nehm. Uh, da liegt es. Ich glaub vom... äh... Guter Schuss! Oh. Oh, von der Linken. Mhm. Da kann man doch bestimmt rüberspringen, oder? Hoffe ich mal, ja. Tu mal, von unten. Du... Da hätt ich jetzt... Ich wollt grad sagen, da hätt ich jetzt nicht runterfallen wollen. Ja schön. Ach, ich hab hier Spaß, alles... Ich seh das schon. Alles gut. Hier raus. Ich seh das. Der Nuss ist da hinten. Oh, ein Hunter. Ja. Noch nicht da. Mir ist... Irgendwie schwindelig. Hm. Ne Rohrbombe. Hier ist ne Rohrbombe. Louis, du kriegst kein Verbandszeug von mir. Vergiss es. Hahaha, Louis. Stell dich nicht so an. Echt mal, ist nur ne Fleischhunde. Oh, ein Minipack! Ja! Gott, wie weit seid ihr denn schon? Ja, du hattest da ja eh alles geguckt, deswegen dachte ich... Nein! Fuck! Ich bin auf das Auto drauf gesprungen. Vorsicht! Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Alles gut, ich bin doch in Sicherheit. Ja, ich seh das schon. Attacke! Oh, ein Smoker. Oh, die kommen hier auch hoch. Links. Schnell zurück. Da ist der Hunter. Da ist der Hunter. Das hier ist ein Temp, oder? Boomer, oder? Oh, 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 ein Schlecker-Mäusche. Oh, ja, ja, ja. Boah. Boomer. Scheiße. Was ist die Rohrbombe? Ja, ich bin dran. Oh, sorry. Alles gut. Schnell verwinden? Hätten wir das geklärt, ne? Autoklauen ist heute nicht. Wie eine Rohrbombe. Tja, was willst du machen? Alt und verrückt. Ach, mir geht's gut. Ich würde ja keinen Stress mit. Ich könnte Munition gebrauchen, langsam. Bisschen lang. 40 Schuss habe ich noch. Ne, 95. Ach, wird schon gehen. Boah, was ist das denn, Alter? Nice. Scheiße auch. Hier liegt noch ein Molli. Das klingt gut. Hier klingt auch noch irgendwas. Da oben wahrscheinlich. Ne. Sicher? Oder warte doch, geht noch höher. Da vorne ist ein Hunter. Da vorne ist ein Hunter. Oh. Gott. Ja. Aber noch nicht der Hunter, ne? Sie haben ihn noch unterschätzt. Merry Christmas. Der Schüpfle ist einfach noch nicht erinnert. Laboratory ist einfach. Wir sitzen auch mit einem Schlacht. Eindrüf. Und nun ist das so lange. Da bin ich hier in der Wasser. Ich kann mich nicht das mal. Das gilt dich. Ich kann mich nicht mehr zum Beispiel das das. Ich kann mich nicht mehr so viel Zeit. Vielen Dank.